Da hinten ist auch Ork-Gebiet, deswegen steht er hinten, um immer die Leute zu warnen, die vorbeikommen. Jetzt wie sie da haben. Nein. So. Man hat muss gar nicht mit Bogen, ich kann das auch so. Den Fies beheben. Okay, jetzt weiß ich wenigstens wie. Reden wir mal kurz mit dem. Pacho. Wäre ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Ausprobieren. Kann ich ja mal kurz zeigen, wie Orks aussehen. Ich will einen richtigen Ork sehen. Ich will einen richtigen Ork sehen. Okay, wäre auch ziemlich sinnlos, wenn ihr einfach nur so dumm in der Landschaft rumstehen würden. Aber trotzdem... Da sind welche. Hallo. Na ihr Orks. Seid ihr so dumm? Den Hang hoch zu rennen. Auf der richtigen Seite. Ja der Zeit, komm ich renn mal kurz in meinen Toten. Mal so nebenbei. Da hinten ist Xa, das Turm. Mal so. Wo rennen die denn hin? Wo rennen die denn hin? Oh arg. Ich mach Kleinholz aus dir. Alter. Ich mach dem nicht schade, aber er töte mich mit einem Schlag. Ach, schade auch. Pacho. Ja, jetzt gehen wir wieder ins Lager. Schließen kurz den Auftrag ab und mal gucken, vielleicht gehts jetzt ins neue Lager. Das neue Lager wartet auf uns, da werden wir auch aufgenommen. Also ich kann auch dafür sorgen, dass wir hier aufgenommen werden, aber ich will halt ins neue Lager. Dann seh ich so aus wie Mordrick hier. Ich glaube kaum. So, Banditen-Rastung. Alt. Die ist voll geil. Man kriegt am Ende ne richtig gute Solden-Rastung. Die man hier nicht kriegt. Äh, bei wem hatte ich nochmal den Auftrag gekriegt für Nick? Äh... Geschwander-Gadist. Äh... Koch... Brudeler... Brudeler im Arena-Viertel. Der Schatten ist Sly. Okay, Sly. Und finden wir mal das Spiel Roku-Zudum. Ich speichere mal schnell. Nicht das wie Absturz. Das läuft grad mit 23 FPS. Verdammt, das Spiel ist 11 Jahre alt. Ich glaub, das hat ne FPS-Begrenzung von 25. Was auch irgendwie voll schwachsinnig ist. Jetzt wüsste ich gern mal, wie das Sly ist. Ich glaub, der war hier irgendwo. Mh... Mh... Gut. Hast du dafür Beweise? Mh... Ja, hier hast du das Amulett-Arschloch. Ich hab ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten. Aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Danke. Jetzt gehen wir mal kurz zu Fletcher und zu... ...zu... ...zum Koch. Das Spiel ist abgestürzt, ja. Toll. Auch wunderbar. Ach, danke für ein Deutscher. Ja, da bin ich wieder. Das Spiel ist gerade eben wieder abgestürzt. Ähm... Ja, ich bin eben kurz bis hierhin gerannt und jetzt zeig ich mal, wie das mit den Lernpunkten aussieht. Hallo Diego. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu stärken. Ja, okay. Ähm... Ich werde Stärke plus 5 machen. 5 Lernpunkte. Ich kann nur Stärke plus 1, so Geschick plus 5, Geschick plus 1. Das will ich jetzt aber nicht. Stärke plus 5. Und nochmal. Mehr kann ich nicht. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Ja, okay. Das reicht an Stärke für die nächste Zeit. Für relativ lange Zeit. Ich habe jetzt 50 Stärke und 13 Geschick. Ich werde als nächstes auf Geschick trainieren, damit ich die Armbrust ausrüsten kann. Ja. Das war's. Jetzt renne ich kurz zur Fletsche. So. Oder zuerst zum Koch. Snap. War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs... Ja, ich weiß. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben. Dann ist der Eintopf fertig. Warte. Ja. Du hast gesagt, ich kann so viel Eintopf haben, wie ich will. Ähm. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm drei Portionen. Ähm. Du hast gesagt, ich kann so viel von... Klar. Heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Okay, ich krieg pro Tag drei Portionen. Brauch ich's auch nicht, aber doch. Ich könnt's den armen Buttlern geben, denen ich alles geklaut hab, aber... Die ernähren sich ja von nichts. Vielleicht, äh... Du bist doch... Der ist hier doch normalerweise immer. Ich schlaf mal eben. Dann soll ich eigentlich wieder hier sein. Hey, du! Einfach in irgendeinem Bett gehen. Raus hier! Oh ja. Ich bin ausgeschlafen und ausgeruht und... Hey, du! So weiter. Da ist ja der gute Fleischer. Was hast du da drinnen getrieben? Wegen Neck. Wegen Neck? Ja. Ich glaub, ich hab ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt hab ich ein Problem. Ich hab dein Schwert. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketti. Ne Menge Schulden. Jetzt wo er weiß, dass ich Nextjob mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Aha. Lass mich mal vorbei. Geh ich mal zu Sketti. Oh oh. Ähm. Das war ein sinnloser Tod, beschließe ich jetzt mal und... Warte. Hm 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 hm. Hallo von Nuva, ja das war dein schmerz. Und das war ein Kind der Schmerz. Ja, ich hab das nur ehemisch. Was ist mir jetzt scheisse egal. Das war ein sinnloser Tod und als ob die... Als ob ich das jetzt alles neues ablaufe. Wird eh keiner sehen. Äh, jetzt suche ich... Boop, genau. Weiter oben. Wie viel fehlt mir noch? Boah, gerade mal... 7... 170, äh, 170, genau. Das ist nix. Wenn ich einen scheiß Lug getötet hätte, hätte ich das jetzt. Sketti. Scheiße. Ich versuch mich mal an Kiergo.